Mein Name ist Bob Blume. Ich bin Wahl-Baden-Württemberger. Ich bin Lehrer, Blogger und mache Dinge im Internet. Und ja, meine Aufgabe ist, glaube ich, zu versuchen, das Beste zu tun, was man in der Bildung tun kann und dann darüber zu schreiben, zu sprechen und mit anderen zu diskutieren. Wir sind hier auf dem Schloss Stauffenberg und für mich ist das Besondere daran einfach, dass man sehr weit blicken kann, aber ich gleichzeitig auch auf meine Wahlheimat blicken kann, also quasi vom Schwimmbad bis dahin, wo ich wohne. Und es ist quasi alles da, was man braucht. Von nah und ferne, Natur pur, großartig. Ich bin The Land.